Herzlich Willkommen im Lager Sobibor. Seid begrüßt im Sobibor-Lager. Hier könnt ihr gewissenhaft arbeiten und in Würde leben, bis zur Umsiedelung in ihrem reich befreiten Länder. Herrschaften, ihr Juden wurdet vorgewarnt. Jeder von euch weiß, dass die Entflohenen sterben und Unschuldige mit ihrem Leben dafür bezahlen müssen. So war das und so wird das auch immer bleiben. Also passt gut aufeinander auf und meldet euren Kapus alles Auffällige. Meine Herren, Juden! Und jetzt wird jeder Zehnte erschossen. Das ist hart, aber gerecht. Auf die Knie bitte! Sieben, acht, neun, zehn, eins, zwei, drei, vier, 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 vier ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk